Der DFB-Pokal ist ein seit 1935 ausgetragener Fußballpokal-Wettbewerb für deutsche Vereinsmannschaften. Er wird jährlich vom Deutschen Fußballbund veranstaltet und ist nach der Deutschen Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball. Der Sieger des DFB-Pokals wird nach dem K.O.-System ermittelt. Für die erste Hauptrunde sind jeweils 18 Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga qualifiziert sowie die ersten vier Mannschaften der 3. Liga zum Ende der Vorsaison. Dazu kommen 24 Mannschaften aus den unteren Ligen, in der Regel die Verbandspokalsieger. Die Paarungen werden vor jeder Runde ausgelost. Um den Mannschaften aus dem Amateurbereich so weit wie möglich attraktive Gegner aus den oberen Ligen so solosen, werden in den ersten beiden Runden zwei getrennte Losbehälter mit Amateur- und Profimannschaften gefüllt und zunächst jede Amateurmannschaft ein. Bundesliga ist zugelost. Die verbleibenden Bundesliga-Vereine werden dann auf die restlichen Begegnungen verteilt. Die Einzelheiten, beispielsweise welchem Losstopf die aktuellen Auf- und Absteiger zugeordnet werden, sind im Abschnitt Auslosung beschrieben. Die Nicht-Bundesligisten erhalten für Partien gegen Bundesligisten automatisch Heimrecht. Ein Tausch des Heimrechts ist laut 49 der Durchführungsbestimmungen verboten. Endet ein Spiel nach regulärer Spielzeit unentschieden, kommt es zu einer Verlängerung. Erste das Spiel auch dann nicht entschieden, wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt. Seit 1985 wird das Endspiel des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Gegenwärtiger Titelträger ist der FC Bayern München. Das Finale der Pokalrunde 2015 16. am 21. Mai 2016 gegen Borussia Dortmund gewann der FC Bayern mit 4 zu 3 N.E. Geschichte Vorgänger des heutigen DFB-Pokals als nationaler Pokalwettbewerb im deutschen Fußball war die 1935 erstmals ausgetragene deutsche Vereinspokalmeisterschaft, die im Volksmund nach dem damaligen Reichssportführer und Initiator des Wettbewerbs Hans von Schammer und Osten als Schammerpokal bezeichnet wurde. Vorbild war der englische Fußball mit seinem alljährlichen Pokalendspiel, das seit 1872 ausgetragen wurde. Am ersten Schammerpokal, der vom 6. Januar 1935 an ausgespielt wurde, nahmen mehr als 4000 Mannschaften teil. Für die in Gauliga und Bezirksklasse spielenden Clubs bestand Teilnahmepflicht. Den anderen Vereinen des Reichsfachamts für Fußball war die Teilnahme freigestellt. Die Mannschaften spielten zunächst in Vor-, Zwischen- und Hauptrundenspielen um die Teilnahme an der Schlussrunde, an der die besten 64 Clubs teilnahmen. Die Gauligisten mussten zum Großteil erst in der Hauptrunde in den Wettbewerb eingreifen. Erster Favoritenschreck der deutschen Pokalgeschichte war der Bezirksligist Berolina Berlin, der die Gauliga-Clubs SC Viktoria Hamburg und Vorwärts Rasensport Gleiwitz besiegen konnte und erst das Achtelfinale gegen den in der Gauliga Hessen spielenden FC Hanau 93 verlor. Die Zuschauer besuchten die Vorrundenspiele zunächst verhalten, ab dem Viertelfinale fühlten sich die Stadien zufriedenstellend. Am 8. Dezember 1935 wurde im ausverkauften Düsseldorfer Rheinstadion vor 60.000 Zuschauern das erste Endspiel um den deutschen Vereinspokal. Ausgetragen, der FC Schalke 04 spielte gegen den damaligen Rekordmeister 1. FC Nürnberg. Nürnberg gewann das Spiel mit 2 zu 0. Die Schalker standen auch in den folgenden beiden Jahren jeweils im Endspiel. Ihnen gelang im dritten Anlauf der erste Sieg, nachdem man im Jahr zuvor am VfB Leipzig gescheitert war, konnte Schalke im Januar 1938 durch einen Sieg über Fortuna Düsseldorf erstmals den DFB-Pokal gewinnen. Dem Verein gelang damit außerdem als erster und lange Zeit einziger das Dabel aus Meisterschaft und Pokal. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurden die österreichischen Vereine in Meisterschaft und Pokal in den deutschen Spielbetrieb überführt. Bereits im ersten Jahr zeigte der SK Rapid Wien sein Potenzial. Er besiegte am 8. Januar 1939 im ausverkauften Berliner Olympiastadion den FSV Frankfurt mit 3 zu 1. Dies war das letzte Pokalendspiel vor dem zweiten Weltkrieg. Nachdem im Folgejahr der erste FC Nürnberg erneut Pokalsieger geworden war, gelang dem Dresdner SC um Nationalspieler Helmut Schön 1941 als erster Mannschaft die Titelverteidigung. Der Schammer-Pokal wurde 1943 letztmals an einen großdeutschen Fußball-Pokalsieger vergeben. Gewinner war die Wiener Vierne, die den Luftwaffensportverein Hamburg in der Stuttgarter Adolf-Hitler-Kampfbahn der heutigen Mercedes-Benz-Arena mit 3 zu 2 nach Verlängerung bezwang. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es bis Herbst 1963 noch keine eingleisige Bundesliga als höchste Spielklasse. Andere Wettbewerbe hatten deshalb mehr Gewicht. 1952 rief der Deutsche Fußballbund den Vereinspokal wieder ins Leben. Die Bezeichnung DFB-Vereinspokal war bis in die 1980er Jahre zur Abgrenzung vom Länderpokal üblich. Inzwischen hat sich die Kurzform DFB-Pokal durchgesetzt. Als Trophäe diente bis 1964 der Schammer-Pokal, bei dem das zuvor aufgebrachte Hakenkreuz durch eine Platte mit dem DFB-Logan ersetzt war. In den ersten Jahren des neuen Pokalwettbewerbs wurden der nationalen Endrunde die Pokalwettbewerbe der Regionalverbände, also Berliner Pokal, Norddeutscher Pokal, Süddeutscher Pokal, Südwestdeutscher Pokal sowie Westdeutscher Pokal, vorgeschaltet. Teilweise qualifizierten sich auch die Teilnehmer am Endspiel um die Deutsche Meisterschaft sowie der Deutsche Amateurmeister für die Endrunde des DFB-Pokals. Erster Gewinner des DFB-Pokals war Rot-Weiß-Essen. Es besiegte Alemannia Aachen im Finale in Düsseldorf mit 2 zu 1. In den elf Jahren von der Wiederbelebung des Deutschen Vereinspokals bis zur Einführung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 wurden insgesamt neun verschiedene Mannschaften Pokalsieger. Zwei Mannschaften gelang es in diesen Jahren, den Titel zweimal zu gewinnen. Dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart. In diese Zeit fällt außerdem der erste, damals noch sehr überraschende, Pokalsieg des heutigen Rekordsiegers FC Bayern München. Der DFB-Pokalsieg von Schwarz-Weiß-Essen im Jahr 1959 war eine große Überraschung. Die Essener, die erst Ende der Saison 1958-59. aus der 2. Liga in die Oberliga West aufstiegen, schlugen im Halbfinale den Hamburger SV mit 2 zu 1 nach Verlängerung. Das am 27. Dezember 1959 stattfindende Endspiel gewannen sie mit 5 zu 2 gegen Borussia Neunkirchen. Am 26. Dezember 1952 wurde mit dem DFB-Pokalspiel FC St. Pauli gegen den Duisburger Stadtteilverein Hamburg 07 auf dem Hamburger Heiligen Geistfeld das erste Fußballspiel im deutschen Fernsehen live. Ausgestrahlt. Mit Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 durften die Bundesligisten automatisch am Pokalwettbewerb teilnehmen. Eine weitere Neuerung bestand darin, dass der DFB-Pokal nun mit der Saison synchronisiert wurde und das Endspiel quasi als krönender Abschluss im Mai oder Juni nach Ende der Meisterschaft stattfand. Hierdurch wurde der Wettbewerb stark aufgewertet, nachdem er lange Zeit als sogenanntes Stiefkind des DFB ein Schattendasein geführt hatte. Mit Entspielen im Winter oder Herbst. In der Saison 1965-66 wurde der gerade erst in die Bundesliga aufgestiegene FC Bayern München überraschend Pokalsieger. Auf dem Weg zum Titelgewinn bezwang er dabei in der Qualifikationsrunde des DFB-Pokals den Titelverteidiger Borussia Dortmund, der in derselben Saison als erster deutscher Klub-Europa-Pokalsieger werden konnte. Mit 2 zu 0. Ein Jahr später konnten die Münchner Bayern ihren Triumph wiederholen und den Pokal verteidigen. Nachdem der Pokal 1968 vom 1. FC Köln im Endspiel gegen den damaligen Regionalligisten VfL Bochum gewonnen wurde, erreichte der FC Bayern München 1969 den 4. DFB-Pokalsieg. Damit wurde der Verein alleiniger Rekord-Pokalsieger und löste den vorherigen Rekordhalter 1. FC Nürnberg mit seinen drei gewonnenen Titeln ab. Ein Jahr darauf wurde mit den Offenbacher Kickers erstmals ein Zweitligist-Pokalsieger. Da die Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko bereits am 31. Mai begann, entschied sich der DFB dafür. Das Achtelfinale und die folgenden Spiele des DFB-Pokal-Wettbewerbs seien 1969, 70. erst in der Sommerpause nach dem WM-Turnier auszutragen. Da die Offenbacher Kickers in der Saison 1969, 70. in die Bundesliga aufstiegen, waren sie zum Zeitpunkt des Endspiels jedoch schon Bundesligist. Zu einem der denkwürdigsten Pokal-Endspiele entwickelte sich das Finale um den DFB-Pokal 1973, in dem sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln gegenüberstanden. Im Vorfeld der Partie stand nicht das Spiel, sondern der bevorstehende Wechsel des Gladbacher Spielers Günther Netzer zu Real Madrid im Vordergrund. Trainer Hennes Weisweiler war über den Wechsel so verärgert, dass er seinen Spielmacher auf die Bank setzte. Als es nach der regulären Spielzeit 1 zu 1 unentschieden stand, wechselte sich Netzer, wie er später zugab, zu Beginn der Verlängerung jedoch selbst ein und erzielte bei seinem zweiten Ballkontakt nach nur 3 Minuten den entscheidenden Treffer zum 2 zu 1. Das Tor wurde später zum Tor des Jahres gewählt. Mit Einführung der zweigeteilten Zweite Bundesliga in der Saison 1974, 75. wurde das Qualifikationssystem für die Teilnahme am DFB-Pokal geändert. Neben den Teilnehmern aus der Bundesliga und Zweite Bundesliga waren fortan die Landesverbände für die Ermittlung und Benennung der Amateurteilnehmer über die Austragung eines Verbandspokals zuständig. Zudem wurde das Teilnehmerfeld des DFB-Pokals auf 128 Mannschaften ausgedehnt. Die erfolgreichen Vereine ab Mitte der 1970er Jahre waren Eintracht Frankfurt mit Pokalsiegen 1974 und 1975, der 1976 erfolgreiche Hamburger HSV sowie der 1. FC Köln. Demnach dem Pokalgewinn 1977 und der Titelverteidigung 1978 sogar das Dabbel aus Pokalsieg und Meisterschaft gelang. Gegen Ende der 1970er Jahre entwickelte sich Fortuna Düsseldorf zu einer typischen Pokalmannschaft. Nachdem 1978 noch das Finale des DFB-Pokals mit 0 zu 2 gegen den deutschen Meister 1. FC Köln verloren wurde, gewann man den Pokal ein Jahr darauf durch ein 1 zu 0 nach Verlängerung gegen Hertha BSC. Es war Düsseldorfs erster Sieg im sechsten Finale nach den Niederlagen 1937, 1957, 1958, 1958, 1962 und 1978. Da der 1. FC Köln 1978, 79. im Europapokal der Landesmeister antrat, wurde die Fortuna als Teilnehmer für den Europapokal der Pokalsieger nominiert, wo sie erst im Finale gegen den FC Barcelona mit 3 zu 4 nach Verlängerung scheiterte. Auch im Jahr 1980 hielt die Erfolgsserie von Fortuna Düsseldorf an. Und man konnte den Titelerfolg durch einen 2 zu 1 Sieg im Endspiel gegen den 1. FC Köln wiederholen. Eine besondere Kuriosität prägte den DFB-Pokalwettbewerb in der Saison 1982, 1983. Zum bislang einzigen Mal kamen beide Finalisten aus derselben Stadt. Im Köln-Müngersdorfer Stadion standen sich der Bundesligist 1. FC Köln und der Zweitligist SC Fortuna Köln gegenüber. Das Finale 1984 war an Spannung kaum zu überbieten. Erstmals wurde der DFB-Pokalsieger in einem Elfmeterschießen ermittelt, nachdem es auch nach Verlängerung 1 zu 1 gestanden hatte. Tragischer Held war der noch für Borussia Mönchengladbach-Spielende Lothar Matthäus, dessen Wechsel zum Endspielgegner Bayern München kurz zuvor bekannt gegeben worden war. Er verschoss seinen Strafstoß und die Münchner gewannen das Finale mit 7 zu 6 im Elfmeterschießen. Auch in den nächsten beiden Jahren stand der FC Bayern München im Finale um den DFB-Pokal, welches seit 1985 alljährlich im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird. Nachdem 1985 noch der Außenseiter Bayern 05 Hürdingen mit 2 zu 1 die Oberhand behalten hatte, holten die Münchner 1986 ihren achten Pokaltitel durch ein 5 zu 2 über den VfB Stuttgart. In der Folgesaison stand mit Zweitligist Stuttgarter Kickers erneut eine Stuttgarter Mannschaft im Endspiel. In der Saison 1989-90 wurden die Achtelfinals am 9. November 1989 ausgetragen, nachdem zunächst die Viertelfinalteilnehmer des DFB-Pokals ermittelt worden waren und beispielsweise der VfB Stuttgart den FC Bayern München im Südderby mit 3 zu 0 aus dem Pokal geworfen hatte, wurde im späteren Verlauf des Abends die Berliner Mauer geöffnet. Trotz Wiedervereinigung wurde der DFB-Pokal in der Saison 1991 still noch ausschließlich mit Vereinen aus den alten Bundesländern und West-Berlin ausgetragen, da die Vereine des Fußballverbands der DDR erst danach in den DFB-Spielbetrieb eingegliedert wurden. Im Endspiel jener Saison besiegte Werder Bremen den 1. FC Köln mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen, nachdem es 1 zu 1 nach Verlängerung gestanden hatte. Mit der Saison 1991-92 still nahmen die ostdeutschen Vereine erstmals am DFB-Pokal teil. In der Deutschen Demokratischen Republik war zuvor seit 1949 mit dem FDGB-Pokal ein eigener Pokalwettbewerb ausgespielt worden. Für die Teilnahme am ersten gesamtdeutschen Pokalwettbewerb gab es für die Vereine des nordostdeutschen Fußballverbandes zunächst eine über drei Runden gehende Qualifikation. Das Finale um den Pokal 1992 gewann Zweitligist Hannover 96 nach einem torlosen Römi mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen gegen die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. In der Zeit von 1992 bis 2011 gelang es neben Hannover 96 insgesamt sieben anderen unterklassigen Mannschaften ins DFB-Pokalfinale vorzustoßen. Den Amateuren von Wetter BSC 1993 und 90 Rot-Weiß Essen 1994 und 90 VfL Wolfsburg 1995 und 90 Energie Cottbus 1997 und 90 Erste FC Union Berlin 2001 Alemannia Aachen 2004. MSV Duisburg 2011. Mit Ausnahme von Hannover 96 gingen jedoch alle als Verlierer vom Platz. Nach dem Pokalsieg des VfB Stuttgart im Endspiel gegen Energie Cottbus in der Saison 1996 97 still dominierten in den Folgejahren bis 2011 mit Bayern München, dem FC Schalke 04 und Werder Bremen drei Vereine maßgeblich den Wettbewerb. Mehrfach trafen diese Mannschaften in verschiedenen Konstellationen im Halbfinale oder im Endspiel aufeinander. Zudem gewann in dieser Zeit einmal Werder Bremen und sechsmal der FC Bayern München das Dambel aus Meisterschaft und Pokalsieg. Lediglich 2007 gewann mit dem 1. FC Nürnberg ein anderer Verein den DFB-Pokal. Die folgenden drei Jahre war der DFB-Pokal vor allem ein Titelkampf zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Zunächst schaffte 2012 mit Borussia Dortmund ein weiterer Verein das Dambel. Im Jahr darauf unterlag Dortmund im Viertelfinale mit 1 zu 0 dem späteren Triple-Gewinner Bayern München. 2014 gewann der FC Bayern München das Endspiel gegen den BVB mit 2 zu 0 N. V und holte damit das zehnte Double seiner Vereinsgeschichte. Im folgenden Jahr trafen die beiden Vereine im Halbfinale aufeinander, das Dortmund nach einem kuriosen Elfmeterschießen, in dem alle vier ausführenden Bayern-Spieler ihre Elfmeter vergaben, gewann. Im Finale unterlag Dortmund schließlich mit 1 zu 3 dem VfL Wolfsburg, der seinerseits in den zwei Jahren zuvor jeweils im Halbfinale noch gegen Bayern München sowie Borussia Dortmund ausgeschieden war. Wolfsburg feierte so den ersten Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte. Ein Jahr später holte sich der FC Bayern München sein elftes Double nach einem 4 zu 3 Sieg im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund. Im November 2011 verhandelte das Sportgericht des DFB die Ausschreitungen von Dynamo Dresden-Fans und fällte das Urteil, dass der DFB-Pokal 2012 Dreizehntel ohne den Zweitligisten stattfindet, hob diese Strafe aber wieder auf. Nachdem Dynamo Dresden gegen das Urteil in Berufung ging. Bei einem Spiel gegen Borussia Dortmund am 25. Oktober hatten Fans bzw. Ultraspöller und Raketen gezündet und so mehrfach eine Spielunterbrechung provoziert. Insgesamt hatte es 17 Verletzte, 15 Festnahmen und einen Sachschaden von 150.000 Euro gegeben.